Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Blackpree Gaming. Alter ist das laut. Wir spielen heute wieder, äh, Sunkenland, ne? Richtig. Genau. Mit dem Phil. Ähm, genau, wir fahren jetzt grad zu dem roten Ding. Was auch immer es sein mag. Seht nicht ne Boje oder sowas. Sieht aber irgendwie komisch aus. Ah, das sind so Algen. Von der Ferne sieht, ist es halt nur ein bisschen, ist die Qualität nur arg runtergedrosselt. Könntest du es direkt neben so? Ne, ich glaub nicht. Warte, ich leck mal aus. Oh. Maschinenfabrik. Ah, da unten ist ne Fabrik. Nach Haie kurz gucken, dann können wir runter. Da ist ne Röhre. Richtig ersatzmaterial. Alter, da ist immer viel Schrott drin. Stoff. Stoff. Alter, hier sind echt viele Kisten. Wir nehmen das mal mit. Oh, hier geht's runter. Okay, ich glaub hier sollten wir aber auch mal zu zweit an. Wo meinste? Bei mir grad. Ich muss nur noch mal kurz Luft holen. Ja, hier ist sauviel Zeug hier in der Halle drunter oder in der... Oh, ist denn das Haie? Nee. Okay, komm mal zu mir. Äh... Ja. Ich spreng. Ja. Ah, geht's runter. Komm mal mit. Was heißt runter? Sollen wir jetzt nicht erst mal oben einsammeln? Weißt du, wir haben keine Flossen, wir haben gar nichts. Ja, dann sammeln wir halt oben ein. Ja, also... Immer's gleich, immer zu viel, zu viel, zu viel. Erst mal Grundscheiße machen jetzt. Oh Gott. Violine und was weiß ich was alles. Oh, ich hab Gerdas Waschmaschine gefunden. Ich hab hochwertiges Parfüm gefunden. Parfüm. Parfüm. Was ist das im Gefängnis oder was? Ist das im Gefängnis oder was? Ist das im Gefängnis oder was? Was ist das im Gefängnis? Ich hab da nicht gesehen, wenn wir rein kommen. Ich hab grad ne Kiste vorne dran ausgehoben. Eine Garage ist das. Oh, das Auto hat sogar einen richtigen Motor. Ich muss erstmal zurück zum Boot, weil ich bin voll. Alter, da sind Kleidung drin, richtig viel. Aber mein Inventar ist auch voll. Äh, wo sind so ein Bötchen? Bei dem Lenkrad. Kommst du gerade mal dann zu mir? Können wir uns abgewöhnen, das ins Blau zu nehmen? Ja, okay. Kommst du dann gerade mal zu mir, weil hier ist Kleidung und alles. Ja, ich muss mich erst leer machen. Mobiltelefon. Alter. Wo bist denn du? Warte mal. In meinem Boot, ja. Warte. Ich schwimm dir ein bisschen entgegen. Ich komme jetzt gerade entgegengefahren. Links neben dran ist so ein Häusle, gell? Ja, ja. Warte kurz. Gut. Ist jetzt noch was drin? Ja, ja. Ich muss kurz da noch was rein machen, aber... Gut, okay. Wir können... Ah, nee. Warte, warte. Oh. Jetzt. Falsch. Stopp. Steig aus. Ist es schon drinne? Ja, ich komme gerade leer hier. Hier ist noch ein Haufen Zeug. Hast du schon die Kisten mitgenommen? Ja. Gut. Weil da ist Kleidung und so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war knapp. Fast verreckt. Ich habe eine kaputte taktische Weste gefunden. Ich habe eine Hose. Ich habe Handschuhe. Alter. Was ist das? Ein Oberteil? Krieg ich dann das andere? Hä? Krieg ich dann eins von den anderen? Ja, warte. Ich lasse es fallen, ja? Ich glaube, ich bin... Jetzt mal muss ich doch eine Frau nehmen, hey. Oh, scheiße. Ja. Also, das Brot ist voll. Moment. Ich habe da noch eine wertvolle Sache. Das kann ich da reinmachen, das kann ich auch da reinmachen. Oh, nein. Also nur noch das, was du jetzt mitnehmen kannst, gell? Und dann ist das Brot voll. Nichts mehr. Danke. Was ist? Mir sind jetzt Komponenten... Ah, nee, doch nicht. Doch, mir sind Komponenten runtergefallen. Und ich habe gedacht, die werden jetzt durch den Boden gebackt. Aber sind es nicht. Ich habe sie wieder. Ah, da ist noch ein Auto. Holz. Es ist schon wieder runtergefallen. Oh, da steht ein LKW. Und Marlene. Was? Fische. Ah. Ich komme mal kurz zu den LKW nach und dann gehe ich unter... Dann gehen wir noch Fische jagen, weil... Dann können wir uns die Flossen machen. Oh, da gibt es noch einen Nebenraum von der Fabrik. Oh, da ist noch ein LKW. Da ist noch Pass. Da ist hier noch Gummi. Da ist noch Schrott. Also hier geht es noch richtig viel. Oh, ja. Da ist... Ich glaube, da ist nochmal Kleidung drin. Aber ich muss Luft holen. Oh, der lässt Kleidung drin sein. Ja, richtig viel Kleidung. Was ist das? Ich habe ein rotes Fass gefunden. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Da unten ist ein Fass und noch ein LKW und Autos. Ach so. Weil ich jag gerade Fische, damit wir uns Fischflossen machen können. Weil das Geschickter ist jetzt. Ich triff die aber... Rennen nicht. Au. Ah, ich bin fast tot. Ich habe einen. Au. Ich bin tot. Ich das? Ja, du hast mich gehauen. Hä? Ich habe auch viel Fisch. Ich bin hinter dir durchgesprungen. So, zufällige Wiederbelebung oder einfaches Bett? Einfaches Bett, oder? Keine Ahnung. Ja, ja. Einfaches Bett. So, jetzt bin ich zu Hause. Juhu. Ja, du musst jetzt mal warten, bis ich zurückkomme. Aber du hast dein Zeug noch? Nein, da liegt mein Zeug. Nein, da liegt mein Zeug. Nein, da liegt mein Zeug. Deswegen schwimme ich jetzt zurück. Ist er nicht so weit. Weißt du, das erste Mal, dass einer von uns beiden stirbt und dann ist es direkt, weil der einen den anderen erschlagen hat. So. Aber bei deinem Sack ja ja nicht, dass der irgendwie... Mhm. Irgendwie das Gefühl, der sinkt nämlich langsam zu Boden. Ich bin schon fast bei der Fabrik. Und da bin ich. Und da bin ich. Richtig. Boah, ich hab ja richtig coole Sachen jetzt. So. Zieh ich das an? Oder der ist? Ah, das ist ficker. Ja. Ich will mal zurück zum Auto. Oder warte. Bist du jetzt voll, oder was? Nee, ich hab noch zwei Slots. Warte. Schau mal runter. Dann geh mal hier noch her, wo ich jetzt grad bin. Das ist in der... Oh, scheiße. Luft. Luft. Hm. Wenn du jetzt auch stirbst, ne? Sag's dir. Hehehe. Ich hab Benzin. Ich hab Benzin. Nee, gar nix. Wollte was trinken? Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Jetzt bin ich auch... Hast du das Fass schon eingesammelt? Bin ich das Fass? Nee. Wo? Ich erfriere. Ich glaub... Ich glaub... Ich hab... Ich hol noch das Fass. Hm. Ich hol noch das Fass. Was hast du jetzt gemacht? Zufällige Wiederbelebung? Oder einfaches Bett? Ich hab einfaches Bett. Soll ich mal das andere machen? Ich probier mal. Wer gemeint? Nein! Ich bin mein Inventar. Da ist was chemisches Substanz drin. Ich glaub ich... Ach. Ich hasch aus. Liegt mein Zeug da unten auf dem Boden, gell? Soll ich jetzt schnell zurückkommen? Ich kann nicht nach unten schwimmen. Warum kann ich nicht nach unten schwimmen? Weil ich friere, oder was? Alter, ich seh halt gar nichts. Guck mal mit her. Wo bist du? Ja, gleich beim Boot. Aber ich... Ja. Bleib doch mal stehen! Ich bin neben dir! Tut mal leid! Ich hab dich nicht... Ich seh dich ja nicht! Auf! Wir müssen ganz kurz nach da hinten. Wieso müssen wir ganz kurz nach da hin? Weil da war chemische Substanz. Bubi, ich verrecke! Erfriere! Ich doch auch! Ja, also! Aber ich hab... Das ist nicht so schnell. Aber ich hab... Das ist nicht so schnell. Wir fahren 70. Das ist nicht so schnell weg! Du frisst ja nix mehr! Du hast abgenommen! Deswegen sind wir schneller! Nee, nee! Ich kann... Mit Shift kann man beschleunigen... Beschleunigen! Das ist nicht so schnell! Das hält das Feuer eigentlich hier auf? Ich nicht! Das lädt auch dir jetzt nichts auf! Das heißt jetzt nur, du frierst nicht! Also wuz ... müssen jetzt draußen na ja ich weiß hab mal dieses vogelfleisch so Brauchst du was zu essen? Ja, guck mal, ich hab so ne schicke Hose. Moment. Moment kurz, ich muss mich entlernen. Entfahren. Und schütze. 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 Ja, wir haben ganz viele wertvolle Sachen. Guck mal erstmal. Jetzt habe ich jetzt Zeile 2 Ja, so Ja, so Ach, das muss auf so'n Ding stehen, oder was? Okay, dann machen wir da eine Plattform hin Äh, bauen Plattform Was machst du? Boah, ist so'n Scheißregal, damit wir mehr Platz haben in den Kisten Nervt mich Äh Was war das jetzt hier? Ja Ah Ich mach's, äh, Holz Und den können wir alles draußen platzieren, ja? Metall Mhm Hast du jetzt nur noch so'n Marlin-Ding? Nee, hab ich, glaub ich, in der Kiste gemacht Äh, wie? Schon voll? Alter Scheiße Hm Ja, super Ha Brauchst du grad noch ein neues, oder soll ich wieder in die Kiste räumen? Ah, ich brauch noch mal eins Äh, bauen, Metallregal Oh, Holz hab ich auch noch maßenhaft Scheiße Ja, ich brauch noch mal eins Ja, ich brauch noch mal eins Marlin-Haut Hast du jetzt noch was? Äh, ne Hab ich eigentlich in die Kiste gemacht Ja, okay Weil dann, ja genau Ich mach das jetzt wieder In die Kiste rein Weil Wir haben Marlin-Haut im Bei mir Noch in meinem Ding Lönster Ich glaub, wir sollten mal noch einen Pflanzer bauen Ja, wir müssen jetzt eben Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns ausrüsten Ich geh jetzt mal mein Zeug wiederholen Erstmal Mhm Du wolltest jetzt da noch die, das, äh, das rote Fass holen, oder was? Ja Ich weiß nur nicht mehr jetzt, ob's da ist Was? Ich weiß nur nicht, ob es jetzt noch da ist Äh Das sehen wir ja dann Schiff, kannst du schnell, okay? Ja, ja Lass mich doch erstmal drehen Gut, geht's Weiter geht's Das Material liegt hier genug rum Ist halt klar Wollen wir ein bisschen weiter fahren vielleicht dann wieder, aber Was ist das denn? Ja Okay 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 Dann sag ich mal mal Zeug wieder So Jetzt, wo bist du? Hier. Ja. Hast du das Fass jetzt, oder? Ja, ich hab's Fass. Ich habe bekommen drei chemische Substanzen. Oh, okay. Für die Herstellung von Munition, Gasproduktion und mehr. Okay. Oh, ich hab noch eine Muschelbank gefunden hier. Hopfeln. Hopfeln, viele Hopfeln. Oh, Inventar voll. Erleck mich doch am Arsch. Hast du noch Platz? Ja, warte. Ich muss kurz noch was einsammeln, dann kann ich kommen. Hm. Ich hab auf einmal so wenig Ausdauer jetzt. Weißt du warum? Weil du wahrscheinlich wenig Energie hast. Oder Lebensding. Ja gut, das stimmt. Ich hab nur die Hälfte Lebensding. Wo bist du? Vorm Boot praktisch. Hier, guck. Bring her. Ah ja, ich sehe dich. Na 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 na. So, unter mir ist so eine Muschelbank, da hab ich schon angefangen. Dann liegt nochmal eine Kiste mit rotem Zeug und dann ist noch ein Alge da. Ah, ich sehe die Kiste. Bei mir tut sich da nichts. Bei den Muscheln. Bei den Muscheln. Und F drücken. Ja. Dann lass mal hier kommen Rotalge nochmal hier. Bei mir. Oh, warte. Ich hab grad gar keine. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Hm? Was ist? Da liegt noch eine Kiste Rotalge. Direkt unter mir. Ah ja. Siehste? Ja ja, ich sehe es. Gut. Warte, da ist grad nochmal ein Haufen. Also diese Müllcontainer, die bringen echt viel Schrott. Müde, du musst dich ausruhen. Ah! Deswegen hab ich keine Ausdauer. Ach so, weil wir uns ausruhen müssen. Das blaue unten. Oha. Krass. Das blaue unten ist Schlaf. Guck, dass wir das jetzt wissen. Also müssen wir wirklich pennen. Ja. Kommst du? Ja, ich hol grad auch die Jakobsbuscheln jetzt. Ich hab oben abgeladen. Alter, ich hab grad, keine Ahnung, 25 Gummi. Ach so. Ne. Ich hab's wieder falsch rum gemacht. Waren wir weiter zu den Flossen? Ja, hab ich jetzt. Ja, jetzt haben wir. Gott, jetzt fahr ich das mal zurück, weil dann machen wir uns die Flossen. Und können noch das Fleisch braten. So, wir machen uns noch kurz die flossen verpassen die uns noch was so jetzt machen wir uns noch kurz die flossen zeigen wir die euch noch und dann ich brauche noch mal ein schrott regal ausrüstung 1 2 ich glaube wir sollten mal dieses heil ding machen weil ich bin echt kaputt ja dann machen wir hier sind eine taucherflossen also ein verband habe ich aber wird zur blutstillung benutzt aber ich bin ja nicht verwundet ich glaube wir sollten einfach nur pennen danach muscheln kann ich auch wir brauchen dann noch einen zweiten grill hast du gerade noch schrott jetzt bei dir oder hast du das jetzt eingeräumt ich habe das jetzt alles in die kiste gemacht weil draußen voll ist ich habe noch chemische substanz aber noch weiß wie man kaputte sachen reparieren kann auch noch einen zweiten grill ach das weiß wie man kaputte sachen reparieren kann weil ich habe kaputte taktische westen holz haben wir draußen wie sieht es aus bei dir mit essen der ersten sieht schlecht aus bei mir also hier und hier mhm lecker jacobsmittel ja ich habe gerade klingt voll gut fürs was also von daher holzkohle machen wir jetzt mal leer hier wieder band tut mal hier das kann man auch noch braten die hose rüstung 1 brauchst du nicht hast bessere ich habe auch eins ich habe alles eins außer helm 5 ich habe hose 2 ich habe zwei taktische kaputte westen das wäre super für uns beide aber steht da nicht irgendwie was wie man die repariert oder so ne 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 steht nur kann in einer rüstungswerkstatt zu einer neuen rüstung verarbeitet werden rüstungswerkstatt gibt es sowas was wir haben wir sowas ne 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 kacke auch noch holz doch ok do ok dann würde ich sagen jetzt testen wir noch einmal kurz die die aus wasser müssen wir auch noch nachfüllen die flossen aber jetzt wirklich so viel schneller sind unter wasser und dann war es das für diese folge wieder die flossen kommen auf die sternchen dinger ne ja oder ich glaube wir sind schneller ja warte ich mach es mal weg aber ich habe sie nicht an oh ja wir sind schon schneller doch wir sind viel schneller verwenden eigentlich den haustausch geht aber nicht aber das kann nur da sein oder wir sind schneller ja ok gut ja dann fällt uns das jagen nachher 2 leichter jetzt bin ich wieder mehr ausgeruht du hast schon was gegessen oder ach stimmt ja weil essen bringt plus 10 energie ach das ist energie das ist dann gar nicht ausdauer das ist dann energie energie ja also es gibt hunger plus 40 hunger ist klar gesundheit plus 10 das ist der stern das rote und plus 10 ist energie und der hell also der blaue ist energie der hellblaue ist dann nur die energie die du dir verwendest wenn du schnell rennst mhm ausdauer so und wahrscheinlich wenn wir jetzt pennen ähm ja warte kurz ja ich mach jetzt äh ich tu jetzt kurz äh so heilsachen herstellen Kräutermedizin ne ja kannst du auch machen so viel wie geht das machen wir dann was so viel wie geht ne ich weiß ja nicht was von material du brauchst besprechen wir gleich also vielen dank fürs zugucken lasst ein abo und like da wenn es euch gefallen hat wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschüss und tschau tschüss tschüss